Heyo Leute, zu der CrimeX hier, was geht, der Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu StumbleGuys und heute, meine Freunde, werden wir eine Challenge machen und zwar dieses Video endet, sobald ich die Farbe gelb berühre, Leute, ich darf kein Gelb berühren, es wird heute also extrem schwer werden, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr StumbleGuys feiert und ich würde sagen, Leute, wir haben hier natürlich auch in der neuen Season hier schon wieder alles durchgekauft, ihr kennt mich doch und wir machen erstmal ein paar saftig-knaftige Glücksrad-Spins, weil ich hab hier mal wieder drei kostenlose Glücksrad-Spins am Start, die werden wir wie immer am Anfang des Videos machen und gucken, ob wir einen schönen neuen Skin hier noch direkt bekommen, let's go, wir müssen eh generell mehr von diesem gewöhnlichen Glücksrad drehen, weil ich hab voll viele von den gewöhnlichen Skins noch nicht, wir haben hier eigentlich so jeden epischen und legendären, aber viele gewöhnliche haben wir noch gar nicht, Leute, da müssen wir vielleicht nochmal ein paar Spins raushauen, oh, was kriegen wir? Ah, schade, ich hätte auch gerne Matrosen hier gehabt, ja, eine Stumble-Marke, gut, ist jetzt an sich nicht so krass, oh, und let's go, let's go, let's go, let's go, was kriegen wir? Ach, oh, okay, cool, neun Skin haben wir noch nicht, let's go, so, dann gucken wir mal, was können wir uns denn hier holen, also die epischen haben wir schon alle, müssen wir uns nicht holen, ich würd sagen, lass mal, vielleicht nochmal, ähm, drei Stück hiervon und drei Stück von dem blauen, weil ich hab wirklich viele von diesen, ich sag mal, Noob-Skins noch nicht, aber ich will natürlich trotzdem alle haben, zum Beispiel, den hab ich auch noch nicht, kenn ich auch nicht, Leute, und den hab ich auch noch nicht, das ist krass, ne, bei den epischen hab ich alle, aber hier einfach noch nicht, weil wir die ganze Zeit wegen den Special-Skins nur diese epischen Packs geöffnet haben, nice, Leute, alles drei Skins, die ich noch nicht hatte, so, jetzt machen wir hier nochmal, kaufen wir auch nochmal drei, vielleicht ist das gar nicht so gut hier, ah, hier ist schon wieder mehr Lila, vielleicht muss ich wirklich immer nur die billigen Packs öffnen, oh, den hab ich aber auch noch nicht, nice, Leute, sehr, sehr nice hatte ich, ah, ne, Duplikat, den hatte ich schon oh, mein Gott, nice, den hatte ich noch nicht, nice, diesen Valkyra-Skin, ach doch, den hatte ich schon hier, egal, aber trotzdem, cool, der Valkyra-Skin, hatte ich auch noch nicht gehabt, ey, komm, wir machen nochmal drei, wir machen nochmal drei hier, nochmal drei hier, diese, diese gewöhnlichen, Leute, die gewöhnlichen, die braucht man doch auch, ah, ich glaub, den haben wir schon, Duplikat, ja, andere freuen sich, wenn Episch kommt, ich freu mich nicht, ich will wirklich nur diese Grauen und so, ah, haben wir grad eben schon gezogen, ich hätt gern diesen Clown noch, den Clown hab ich noch nicht, den müssen wir nochmal gucken, dass wir den kriegen, oh, der Officer haben wir, den hatten wir noch nicht, okay, komm, wir machen, wir machen, komm, wir machen nochmal fünf auf, oder sechs haben wir jetzt gemacht, weil ich brauch hier echt ein paar mehr von den coolen, ach, man, ey, hatten wir schon, oh, haben wir noch nicht, kenn ich, also kenn ich, glaub ich, noch nicht den Scan, oh, der Cowboy, haben wir auch noch nicht, let's go, ich sag euch, ich sag euch, wir müssen öfter diese gewöhnlichen Räder hier drehen, machen wir jetzt immer zu Beginn von den Videos, drehen wir jetzt hier die gewöhnlichen Räder, weil ich hab ja schon alle Special Skins, ich find's aber auch echt ein bisschen schade, oh, hier Deutschlandspieler, äh, ich find's echt ein bisschen, äh, schade, dass, äh, bei der neuen Season von Stumbleguys keine neuen Special Skins gekommen sind, Leute, das hätten die ruhig mal machen können, so, wie heißt der hier, ich weiß nicht mehr, irgendwas, Oliver, Oliver Kahn war das, gut, Leute, aber, ich würde sagen, haben wir gemacht jetzt hier, wir gehen jetzt mal schön in eine Runde rein, versuchen mal wieder ein paar Wins zu sammeln, wir können ja mal hier kurz gucken, weil, ich sag euch so, wie es ist, wenn wir mal schauen, bei den Skins, die wir noch nicht haben, guck mal, voll viele Graue haben wir noch nicht, Grüne haben wir noch nicht, Blaue und Lilanen hab ich einfach alle, ich hab alle Lilanen, mir fehlen noch zwei Legendäre, die hier fehlen mir noch, aber ansonsten sind das wirklich so andere Skins, die ich noch nicht hab, ne, hier zum Beispiel, ich hätte voll gern den Clown noch und sowas, also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen öfter Glücksräder drehen, aber gut, Leute, wir gehen jetzt mal in eine Runde rein, let's go, wir versuchen natürlich immer einen, äh, saftig-knaftigen Win zu holen, wie viele Wins habt ihr eigentlich schon in Stumbleguys, Leute, schreibt's mal in die Kommentare, ich weiß gar nicht, wie viel ich hab, muss gleich mal schauen, ich glaub, 10 oder so, uh, Icy Heights, Leute, Icy Heights, let's go, okay, kein anderer Special Skin, boah, das sind Sweater, die springen alle direkt nach vorne, ich merk doch schon, ich merk doch schon, ich bin hier wieder in der versweateten Sweat Lobby, aus Sweatistan hier, oh, uh, oh, wir sind Zweiter aktuell, also alles easy, 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 oh, wie schnell ist der durchgeboostet gekommen hier, alter, ey, das, ich sag euch, ich sag euch, das ist hier schon wieder eine Sweat Lobby, das ist hier schon wieder eine Sweaty Sweat Lobby, oh, Fußball, Leute, Teamspiel, okay, Teamspiel ist natürlich immer ein bisschen Glückssache auch, wie unser Team ist, aber, let's go, Cristiano Ronaldo hier wieder am Start, bam, direkt alle drei in die andere Hälfte, jawohl, Jungs, jawohl, hier, raus aus unserer Hälfte, komm, 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 ich mach jetzt ein Tor, jawohl, stark, stark, reinpushen, reinpushen, nein, 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 ich bin dran vorbeigesprungen, jawohl, erstes Tor, stark, 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 weg hier, direkt aus unserer Hälfte raus, bam, zurück damit, habt ihr gesehen, wie ich den abgewehrt hab, ich bin, wäre ein guter Mittelfeldspieler hier, guter Mittelfeld, oder auch Stürmer, ah, ah, nein, 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 knapp, schade, 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 komm, komm, weiter, Jungs, weiter, Jungs, keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren, weg, 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 alle raus aus unserer Hälfte, raus aus unserer Hälfte, raus aus unserer Hälfte, Jungs, pass auf, pass auf, pass auf, hier kommt einer, hier kommt einer, nein, 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 weg, 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 weg damit, weg damit, weg, oh mein Gott, ich bin, mach hier den Oliver Kahn, Leute, So, sehr gut. Alles abgefälscht. Alle Bälle wieder in die andere Hälfte. Stark, Jungs. Komm, Tor. Jawohl. 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 Oh mein Gott, schön reingeköpft. Das war strong. 4-0. 4-0. Sehr nice. Jetzt nicht nachlässig werden, Jungs. Nicht nachlässig. Ah, Mann, ey. Jawohl, aber trotzdem rein. Sehr gut. Hier, gute Vorlage von mir. Genau. Und weg. Alter, die haben schon aufgegeben. 6-0. Wie krass zerstören wir die. Wie krass zerstören wir die. Ey, Leute, ich merke gerade, ich bin total dumm. Ich wollte heute eine Challenge machen, dass ich nicht gelb berühre. Ich wollte heute eine Challenge machen. Habe ich schon gelb berührt? Ich weiß gar nicht. Nee, erste Map Icy Heights. Ich glaube, wirklich gelb berührt habe ich auch nicht. Voll vergessen, Leute. Wir machen ja hier eine Challenge. Ich fange ja an zu zocken und vergesse die Challenge. Okay. Okay, falls ich gelb berührt habe. Falls ich gelb berührt habe. I'm sorry, Leute. Jetzt wirklich kein Gelb berühren. Oh, nee. Ey, das ist meine absolute Hass-Map. Okay, hier ist, glaube ich, eh nicht wirklich gelb. Das ist meine absolute Hass-Map hier, Leute. Oh, ey. Hier gibt es auch die ein oder andere Abkürzung. Aber ich bin einfach schlecht hier. Ich bin einfach schlecht. Ich hatte die Map aber noch nicht so oft gespielt. Deswegen kenne ich mich auch jetzt hier nicht so krank aus. Ah. Reingechokt. Ach, komm, Digga. Ey, wirklich, ich hasse diese Map, Alter. Mann, schlimmste Final-Map. Real Rap. Ich bin hier auch... Ich kann das nicht einschätzen mit dem Schweben. Ich habe die auch... Die kommt auch nicht oft. Deswegen kann man die auch nicht oft üben. Das ist wirklich meine absolute... Die absolute letzte Map, die ich im Finale haben will. Guck mal. Ich bin einfach der Letzte hier. Ich bin einfach der Letzte. Also wenn ich eine Map nicht kann, dann ist es wirklich die hier. Guck mal, wie weit vorne die anderen schon sind. Vorbei. Ach. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. I'm sorry, boys. Schade. Schade. Geile Runde. Aber... Naja. Schlechtsfinale. Egal, Leute. Komm, wir gehen nochmal rein. So, Leute. Neue Runde. Neues Glück. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier bekommen. Ich bin aber auch so lost, dass ich meine eigene Challenge vergesse. Mit nicht gelb berühren. Aber ich sage euch ehrlich, es ist auch mittlerweile schwer genug... Oh, okay. Hier nicht gelb berühren. Okay. Okay, kriegen wir hin. Aber es ist auch mittlerweile schwer genug, überhaupt hier einen Win zu rühren. in Stumbleguys, Leute. Oh, hier noch andere Special Skin. Okay, wir machen jetzt hier nicht gelb berühren Challenge. Ich darf nicht gelb berühren. Läuft mal schön vor. Ey. 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 Leute. Ey, was sind das hier für Leute mittlerweile in Stumbleguys? Jeder Profi hier... Komm, okay, gut. Komm, ihr wollt euch boxen. Ihr macht diese mit raustragen und so. Diese raustragentechnik. Ja, komm, dann kann es ja nur der Weg hier sein. So, und zack. Ab ins Ziel rein. Was gibt's... Was hab ich heute für Sweater hier am Start? Trägt der mich hier raus, Mann? Guck mal, hier noch ein anderer Special. Okay. Ich hab leider nicht drauf geachtet, wer mich rausgetragen hat. Aber das gibt noch Rache. Der wird noch weggeboxt. Ich sag euch, wie's ist. So, nächste Map. Wir müssen jetzt hier mal einen Win holen. Heute sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mit diesen Leuten... Ey. Bro, meine Hass-Map wieder. Warum kommt das denn heute die ganze Zeit? Was ist denn heute hier los? Ich glaub, das Spiel will mich noch zum Ragen bringen hier. Ach, komm. Ey. Vielleicht gar nicht mal so schlecht hier. Guck mal, die wollen sich hier schon gegenseitig wieder boxen und alles. Die sind schon... Die sind schon mies, die Leute. Ich konzentriere mich jetzt hier mal voll. Ich versuche jetzt hier mal nicht unnötig... ...rein zu choken. So, weiter. Wir müssen mit den ersten acht sein. Es ist möglich. Es ist auf jeden Fall möglich. Nein! Nein! Warum falle ich denn... Ey! Warum bin ich denn jetzt hier runtergefallen, ey? Komm, komm. Wir müssen mit den ersten acht sein. Wir müssen mit den ersten acht sein. Wo ist das Ziel? Ich poke jetzt einfach darauf, dass das Ziel hier rechts ist. Oh nein, das ist nicht rechts. Ich seh doch schon. Ich seh doch schon, es ist links. Nein. Falsch gepokert. Ich glaube, ich hab falsch gepokert. Vorbei. Eliminiert. Ey, was ist denn heute hier los, Leute? Ich hab's nicht geschafft. Ey, okay. Wisst ihr was? Jetzt. Nächste Runde wird winnen. Nächste Runde wird jetzt winnen. Was ist denn heute hier los? Wie gut sind die Leute denn hier geworden? Wie gut sind denn die Leute in StumbleGuys geworden? Seit das Game im Hype ist. Ich glaube, ich bin schon wieder zu rentnermäßig dafür. Jetzt gönnen wir ein paar gute Maps. Okay, Icy Heights. Icy Heights ist kein Problem. Sollte kein Problem sein. Sollte kein Problem sein. Oh. Auch mittlerweile überall Special Skins. Also das sind Leute, die müssen ja minimum 100 Euro mein, das Spiel investiert haben. Gott, ey. Guck mal, ey. Was das für Leute sind. Wie die hier alle Gas geben. Oh. Was hab ich aber auch für ein Pech gerade? Ey, was ist denn gerade los? Was ist denn hier los gerade, Mann? Ey, es tut mir leid, Leute. Ich bin, ich werde gerade so sauer bei diesem Spiel. Ey, ich werde es wieder, ich werde es wieder nicht schaffen. Ich war noch nie so schlecht ins Dumbleguys, Leute. Noch nie so schlecht gewesen. So, Leute. Ey, ich drehe jetzt hier durch, wenn ich jetzt hier nicht den Wind gleich hole. Zack. Weiter nach vorne. Let's go. So. Zack. Hier Abkürzung, Leute. Jetzt hier. Ich hau jetzt hier die kompletten Skills raus. Zack. Wir laufen jetzt hier flawless durch. Flawless. 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 Zack. Weiter. Weiter. So, jetzt hier. Jetzt hier Schluss mit lustig. Also, ich weiß nicht, warum, ne? Dieses Spiel hat mich heute so gebrochen. Dieses Spiel hat mich heute so gebrochen. So, zack. Ab ins Ziel. Erster. Let's go. Weiter geht's. So, Leute. Okay. Tilefall als nächstes. Ich meine, jetzt hier schnell, 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 Leute. Win. Easy. Einen schnellen Win. So, zack. Komm. Oh. Ich bin richtig. Direkt. Ja, Leute. Dann findet doch mal raus hier den Weg. Dann findet doch mal hier den Weg raus. Ey. Wenn ihr mich schieben wollt. Bam. Ich boxe euch weg, Alter. Mir egal. Ho. Wuh. Baby. Bam. Ha, ha, ha. Einen runter, ihr Dings. Oh mein Gott. Das heißt hier. Wuh. Okay, jetzt komm. Jetzt könnt ihr mal noch rausfinden. Jetzt könnt ihr mal noch hier was rausfinden. Oh. Nein. Nein. Nicht am Ende. Ich falle am Ende runter. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Ey, wenn ich es jetzt nicht schaffe, raste ich aus. Doch, 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 doch. Alles gut. Alles gut. Alles easy. Kurz abgesaved. Boah. Schlimm, 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 Leute. So, und vorbei. Oh, Leute. Blockdash. Auch geiles Game. Lange nicht mehr gezockt. Jetzt Finale, Leute. Okay, wir können ja vielleicht den ein oder anderen hier ein bisschen wegsabutieren. Ne? So, zack. Hier. Da fallen ja schon manche von alleine runter. So, weg mit dem. Sollen wir Leute mal wegboxen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen echt mal hier gleich hier warten. Pfff. Oh. Oh, 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 oh. Bam. Ey, Bro. Du musst jetzt hier mal langsam, äh. Ihr müsst jetzt hier mal weggehen, ja? Ich muss jetzt hier endlich mal gewinnen für meine Zuschauer. Na. Ey, nee, nee. Leute. Leute. Ich werd, ich bin raus für heute. Ich bin raus. Stumble Guys hat mich gebrochen. Stumble Guys hat mich gebrochen, Leute. Das war's gewesen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer CryMix. Das war's gewesen, Leute. Das war's gewesen, Leute. Das war's gewesen. Das war's gewesen, Leute. Das war's gewesen, Leute. Bis zum nächsten Mal.